willkommen zurück auf meinen youtube kanal und herzlich willkommen wenn ihr neu seid in diesem kurzen video möchte ich euch die verschiedenen komut bezahlmodelle vorstellen ich gehe auf jedes modell 1 1 werde am schluss ein fazit bringen und auch ja euch einen kleinen vorschlag machen was vielleicht für euch ideal wäre viel spaß ja die erste möglichkeit die besteht ist eine kostenlose möglichkeit das heißt ihr registriert euch auf komut ihr könnt direkt darauf los starten ihr könnt eure strecken planen ihr seht die beschaffenheit der strecke ihr seht auch die ganzen diversen punkte die es dort gibt also die man entdecken kann ihr könnt mit der community agieren und ihr habt auch die möglichkeit sofern ihr online verbunden seid zum beispiel mit dem handy zu navigieren ihr bekommt zusätzlich noch obendrauf eine region dazu geschenkt also ihr könnt euch eine region aussuchen wir gerade zeit mit der könnt ihr dann quasi auch offline navigieren da können gps daten runterladen und ihr habt eine turn by turn routen navigierung aber mehr ist dann auch nicht enthalten das heißt wenn ihr mehr möchtet also auch weltweit unterwegs seid oder auch weiter über diese region hinaus und möchte auch gerne offline funktion nutzen da wäre vielleicht das nächste paket für euch interessant dann kommen jetzt zu dem bezahlbereich und hier gibt es auch große unterschiede ich fange jetzt erst mal mit diesen paketen an die wir kaufen kann das erste wäre dass ihr verschiedene regionen dazu kauft das heißt wenn ihr jetzt in drei regionen unterwegs seid oder sagt ich bin nur in drei regionen unterwegs und ihr habt schon eine region geschenkt bekommen und kauft euch die anderen zwei regionen dazu habt ihr auch die möglichkeit dies für 8 euro 99 zu tun das ist halt dann insoweit interessant weil das kostet dann der knapp 18 euro dass wenn ihr wirklich nur in diesem gebiet unterwegs seid und nie was anders macht wäre das der idealste punkt war sie eine weitere möglichkeit die noch besteht ist zum beispiel eine krankenkasse bietet es an ich weiß nicht wie es bei anderen krankenkassen aussieht ich bin bei der techniker krankenkasse die bietet die möglichkeit an dass ich über schritte zum beispiel eine challenge machen kann oder das rad fahren und mir da über die challenge regionen pakete für komut freischalten kann also das heißt wenn ihr jetzt bei der krankenkasse seid schaut einfach mal eure app nach ob seine möglichkeit gibt eine challenge zu machen oder guckt euch generell das ganze mal an ob da eine möglichkeit besteht und dann könnt ihr schauen ja wenn ich die challenge habe wahrscheinlich eine region frei und so bekommt ihr quasi kostenlos noch eine region dazu und das einzige was ihr machen müsst einfach nur ein bisschen sport die letzte möglichkeit die da besteht in diesem paket design ist dass ihr euch das weltpaket kauft das ganze kostet 29 99 aktuell aber es gibt auch hin und wieder mal angebote wurde es dann auch mal 14 99 kostet ich habe es damals für 30 euro gekauft da hat weltpaket auch glaube ich fast 90 euro kostet und da war das damals im angebot das habe ich aber schon vor vier oder fünf jahren gemacht und da hat sich seitdem auch nichts geändert das heißt wenn ihr das kauft ja dann habt ihr quasi so lange auf lebenszeit wie es komut gibt die möglichkeit hier um zu planen aber was sind eigentlich dann die wirklich die großen vorteile also wie gesagt ihr könnt euch die pakete kaufen oder das weltpaket und die vor der vorteil ist dass ihr bei diesen paketen eine turn bei navigation hat das heißt ihr bekommt nicht nur angezeigt und pfeil auf der navigation sondern bekommt auch eine ansage müsst jetzt nach links und nach rechts abbiegen des weiteren ist natürlich schon erwähnt habe die offline funktion eine gute möglichkeit das heißt ihr könnt euch zum beispiel auf dem handy oder hier jetzt auf der phoenix entsprechend die karten materialien herunterladen und können dann offline navigieren das heißt ihr braucht keine datenverbindung mehr das ist gerade interessant in gebieten wo ja schlechtes netz ist und da gibt es in deutschland so einige ein weiterer vorteil ist ihr könnt die gpx dateien hier stellt also erstellt ihr eine route und dahinten dran ist eine gpx datei die im hintergrund geschrieben wird die könnt ihr exportieren und habt die möglichkeit auf allen möglichen geräten die das unterstützen entsprechend die gpx dateien zu importieren also auf wahoo oder auf garmin geräten oder auf sunto gerät und so weiter und so weiter die letzte möglichkeit wäre ein abo modell das kostet etwa 60 euro im jahr also knapp fünf euro im schnitt und dieses beinhaltet alle punkte die ich jetzt schon genannt habe im weltpaket oder im regionspaket über das hinaus gibt es dann noch die möglichkeiten dass man standorte teilen kann das heißt wenn ich jetzt unterwegs bin kann jetzt zum beispiel meine frau gucken ja wo bin ich gerade das ganze bietet zum beispiel auch garmin schon an also wenn zum beispiel garmin uhr habt könnt ihr das ganze auch im live track machen ich werde es oben mal verlinken wie das ganze funktioniert aber das ist während service den ihr nutzen könnt wenn ihr keine möglichkeiten dazu habt des weiteren habt ihr die möglichkeit tagestouren zu planen das heißt wenn jetzt eine tour ist die ja länger als 78 tage geht und ihr wollt jetzt nicht 78 tage einzeln planen wie das zum beispiel jetzt mit dem weltpaket nur gehen würde so könnt ihr quasi eine lange tour planen und diese entappen abstecken des weiteren werden euch wetterbedingungen angezeigt wenn das abo modell hat das heißt ihr bekommt pro stunde ein wetterprognose wie das wetter sein wird und könnt euch so entsprechend auf die tour vorbereiten eine weitere möglichkeit ist es eine struktur in sein komut konto einzurichten das heißt ich kann dann hier statt eine lange lange liste die man als normaler nutzer hat kann ich dann sagen hier ich habe hier highlights und wer legt das entsprechend meine highlights ab oder ich habe hier eine strecke gefahren nach straßburg oder sowas über mehrere tage die möchte ich jetzt ganz separat haben da habt ihr möglichkeit eine struktur rein zu bringen des weiteren bekommt ihr bei der routenplanung ein paar erleichterungen wenn ihr zum beispiel eine mountainbike strecke plan kriegt der explizite trails angezeigt mit schwierigkeitsgrad wenn ihr wandern seid dann bekommt ihr auch die fernwanderwege angezeigt also alles so kleine komfort sachen das ganze ist ja auch wiederum in den open cycle maps oder in den open street maps hinterlegt da könnt ihr zwar auch nachschauen aber ja das ist noch mal so eine kleine hilfestellung bei der planung zudem gibt es diverse rabatte bei diversen anbietern zum beispiel genannt da müsst ihr selber schauen was da gerade aktuell ist wenn ihr das nutzen möchte als allerletztes gibt es dann noch ein premium schutz von der axa versicherung das heißt ihr habt dann ein vor ort reparatur service wenn ihr euch jetzt irgendwas unterwegs passiert könnt ihr da anrufen und sagen hier ich habe eine panne brauche jetzt hilfe ich komme mit meinem ebay et cetera nicht weiter dann kommt einer vorbei und bringt das fahrrad zur nächsten möglichen reparatur stätte oder es wird vor ort repariert zudem habt ihr dann noch ein abhol und transport service und übernachtung service wenn euch mal irgendwas passiert also einen kleinen versicherungsschutz wenn ihr jetzt aber sagt okay ich möchte das weltpaket haben aber wie bekomme ich dann die ganzen anderen tollen sachen die ich jetzt nicht ständig brauche so habt ihr auch die möglichkeit wenn ihr zum beispiel eine lange radreise plant das ganze auch für 2,49 euro im monat zu buchen wobei da auch das wieder mal 12 zu nehmen ist und auch ein jahres abo umgerechnet wird aber da habt ihr auf jeden fall auch die möglichkeiten das zu machen ja aber für wen ist es was geeignet also wenn ihr natürlich nur in einer region unterwegs seid oder vielleicht in zwei oder drei regionen dann solltet ihr vielleicht drüber nachdenken entsprechend nur diese region zu kaufen und das zu nutzen und ihr seid wirklich glücklich und habt ein sehr sehr gutes programm wenn ihr jetzt aber doch schon mehr unterwegs seiten ab und zu auch mal weiter weg geht zum beispiel mal norden süden irgendwo anders hin dann würde ich euch tatsächlich das weltpaket empfehlen das ist das paket was ich selber auch nutze ich finde für 30 euro ist es wirklich ein sehr 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 faires angebot man kann doch in fast vollen umfang nutzen man kann seine sachen planen man kann mit der community agieren man kann die daten herunterladen und man ist quasi immer kann sachen neu entdecken wirklich eine tolle sache wenn ihr jetzt aber sagt ja ich plane jetzt eine lange lange radreise die auch wirklich über längere zeit geht und habt ihr was vor dann würde ich tatsächlich überlegen mir das weltpaket zu kaufen dabei würde ich immer noch bleiben aber 2,50 euro da zu investieren und das quasi als reisekosten sehen um da auch die absicherung zu haben gratis mit der versicherung finde ich eine ganz gute sache wenn ihr lange unterwegs seid und ja vielleicht auch mal in gebieten unterwegs seid jetzt nicht grad es von ort zu ort geht ja am ende ist natürlich dann entscheidend was für euch das beste ist das könnt ihr nur entscheiden ich wollte euch jetzt mal kurz näher bringen welche möglichkeiten gibt es was für vorteile habe ich wenn ich das premium paket nehmen was für vorteile habe ich wenn ich nur das weltpaket nehmen oder was ist wenn ich nur das regionspaket ihr müsst einfach schauen wie reise ich wie viele möchte ich entdecken was mache ich nutze ich nur einmal nutze ich immer ich persönlich nutze es relativ viel deswegen fand ich auch die 30 euro wirklich eine faire sache und ja die entscheidung liegt dann quasi bei euch ja ich hoffe der kleine einblick konnte euch ein bisschen weiterhelfen was gerne einen daumen hoch da wenn euch das video gefallen hat wenn er weiterhin interessante videos über strava oder auch über garmin uhren oder andere uhren sehen möchtet oder tutorials dann lasst doch gerne abo da ich würde mich auf jeden fall freuen euch wiederzusehen ansonsten bleibt gesund viel spaß beim erkunden bis zunächst mal